Falls du in deinem Leben ganz neue Wege gehen möchtest, dann ist das ganz, ganz, ganz entscheidend, dass du für dich mal versuchst, auch einen Unterschied herbeizuführen. In deinen Tagesabläufen, in deinen Sichtweisen und all das, wo du sagst, das ist eigentlich für dich schon überflüssig und da siehst du überhaupt nichts, wo du einen Vorteil dir erarbeiten kannst. Und erst wenn du das machst, jeden Tag für dich neue Wege gehst, in jeglicher Sicht, erst dann hast du auch die Möglichkeit für dich besser zu werden. Und aus dem Grunde, damit du dir das auch begreiflich machst, ist es entscheidend, wenn du da etwas machen möchtest, dass du für dich überlegst, wie sind die Wege, die ich bislang gehe und wie sind Wege zu verstehen, die ich noch nicht gegangen bin. Und erst wenn du das bereit bist, auch einzugehen, wirst du für dich verstehen, warum das so immens wichtig ist. Wenn du es nämlich nicht vorhast, dann kann man da auch nicht von sprechen, einen Unterschied der positiven Sichtweise herbeizuführen. Und nur der bringt dich dahin, letztendlich, wo du mal sein möchtest, weil du kannst jetzt noch nicht davon sprechen, dass du Vollendung vom Status her hast, sondern das fließt über bis zu deinem Lebensende. Und erst dann bist du an deinem Ziel angelangt. Denke daran, in diesem Sinne, bis dann.